Hi, what's new Snippy? Heute stelle ich euch unsere Halbzoll-Kugelverlängerung schlagfest vor. Wie der Name schon aussagt, ist für die Anwendung mit Halbzoll-Schlagschraubern ausgelegt. Ich habe hier die Möglichkeit, im Gegensatz zu einer normalen schlagfesten Verlängerung mit einem zusätzlichen schlagfesten Kugelgelenk, dass die Bautiefe und der Durchmesser des Gelenkes entsprechend geringer ist und ich die entsprechende Erreichbarkeit der entsprechenden Komponenten besser gewährleisten kann. Ich habe hier einen uneingeschränkten Bewegungswinkel von 30 Grad. Der Vorteil gegenüber einem Kardan-Gelenk bei einem Kugelgelenk, es gibt keinen toten Winkel. Ich habe ein lasergeschweißtes Gelenk und die ganze Verlängerung ist auf diesen insbesondere zyklischen Lastwechsel bei der Anwendung mit einem Schlagschrauber ausgelegt. Die Länge des schlagfesten Kugelgelenkes ist 152 mm und der ganz große Effekt ist, dass ich diese verlustfreie Kraftübertragung mit dem Schlagschrauber habe. Es gibt die in zwei Versionen. Einmal diese hier mit der entsprechenden Kugel und dann haben wir natürlich noch eine mit einem Zylindersperrstift. Die hat natürlich den Vorteil, dass das Herunterfallen der Stecknuss bei der Anwendung mit dem Schlagschrauber verhindert wird. Also der Sicherheitsaspekt nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, dass ich also dort wirklich keine herumfliegenden Teile in der Werkstatt habe. Krum, Deckel, Molybden, Stahl, Snap und Qualität. Wollt ihr noch mehr wissen, fragt euren Franchise-Partner. Ciao!